Das ist das Haus der Dreibeeren. Da sind die Dreibeeren. Ich bin Papa-Bär, der Vater. Ich bin Mama-Bär, die Mutter. Ich bin Baby-Bär, ich bin das kleine Mädchen. Und hier ist Goldlachschind. Die Dreibeeren sind in der Küche. Meine Zuppe ist heiß. Meine Zuppe ist auch heiß. Meine Zuppe ist heiß. Es ist acht Uhr. Wir gehen aus. Okay. Ja, Papa. Goldlachschinds Eltern sagen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Goldlachschind. Sei vorstig. Okay, auf Wiedersehen. Goldlachschind kommt zu dem Haus der Dreibeeren. Oh, das ist ein Schöneßhaus. Ich bin der Hühnein gehen. Oh, hier ist Zuppe. Oh, das ist heiß. Oh, das ist kalt. Oh, das ist kalt. Oh, das ist ausgesagnet. Sie geht in das Wohnzimmer. Hier ist Stuhla. Oh, das ist schläcklich. Das ist auch schläcklich. Oh, das ist sehr gut. Sie macht den Stuhl kaputt. Jetzt geht sie in das Schlaffzimmer. Ich bin sehr guter. Oh, nein. Nein, auch nicht gut. Oh, das ist sehr gut. Oh, nein. Die Dreibeeren kommen nach Hause. Schaut mal, meine Zuppe. Schaut mal, meine Zuppe. Ich hab kein Zuppe mehr. Sie gehen in das Wohnzimmer. Schaut mal, meine Stuhl. Schaut mal, mein Stuhl. Ich hab kein Stuhlbeeren. Ich bin das Schlaffzimmer. Schaut mal, meine Zuppe. Schaut mal, meine Zuppe. Schaut mal, meine Zuppe. Schaut mal, ein Mietchen. Das ist das. Ein Beeren. Dreibeeren. Helpa, Helpa. Raar. Das ist das. Ein Beeren. Der ist schüttel. Yeah. That's it. What part did you forget? Hildebeeren. Hildebeeren.